Dann war es wirklich so, von jetzt auf gleich, ich muss deine Sachen packen und du bist raus. Wir, glaube ich, waren alle ziemlich baff. Zudem ist halt ein beschissenes Gefühl. Er hat eine Entwicklung hingelegt, mit der ich nie im Leben gerechnet hätte vor drei, vier Jahren. Er ist ein Gewinnertyp und er kann immer helfen. Und ich möchte ungern zu einem Team gehen, das dann wirklich vielleicht 10, 12, 13, 14 Spiele in der Saison verliert. Ballin! Alles rund um die NBA. Let's go! Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da. Eine Woche haben wir mal ein bisschen Päuschen gemacht und jetzt geht es ja richtig steil in Richtung Playoffs. Heißt übrigens auch für euch, weiter schön abonnieren. Unser Ziel war 11.000 Abonnenten bis zum Playoffstart. Sieht ja richtig gut aus. Also ich glaube, das bekommen wir hin. Aber bevor wir dann am Freitag mit unseren Previews auf die Playoffs starten, wollen wir heute einen kleinen Rückblick machen. Und zwar auf die Season von Daniel Theis. Wir haben mit dem Big Man der Chicago Bulls gequatscht. Und im Zuge dessen gibt es auch noch ein Gewinnspiel für euch. Auf unserem Instagram-Kanal könnt ihr einmal 2K21 gewinnen, signiert von Daniel Theis. Und einen NBA-Ball, auch signiert von Daniel Theis. Also mitmachen bei unserem Instagram-Gewinnspiel. Und jetzt wollen wir eben über die Saison des deutschen Nationalspielers quatschen. Und das Alex war ja eine unglaubliche Saison für ihn. Unglaublich bewegt. Bei Boston Starter gewesen. Dann kam der Deadline-Day, der Wechsel nach Chicago, Playoffs verpasst. Was war für dich der Hauptkern seiner Saison? Ganz klar der Trade. Also Ende März wird Daniel Theis für Mo Wagner, einen weiteren deutschen Spieler, nach Chicago getradet. Und ich glaube, damit hatte wirklich niemand gerechnet. Denn Daniel Theis hatte wieder eine sehr, sehr ordentliche Saison. Hat den Dreier in Boston gut getroffen gehabt. War aus dem Feld bei über 55 Prozent. Fast 10 Punkte pro Partie. Also grundsolide. Und du hast es angesprochen. Zwischendrin mal kurz auf der Bank gewesen. Aber im Grunde eigentlich fast durchgehend Starter bei den Boston Celtics gewesen. Und eine gute Saison gespielt. Brad Stevens immer wieder betont. Er ist so wichtig für uns. Er ist so flexibel. Das war ja dann auch die Sache, dass er dann auf die 4 gerückt ist. Obwohl er eigentlich vom Naturell her eher ein 5er ist. Und alles hat, beziehungsweise nichts hat darauf hingedeutet, dass der Typ getradet wird. Und schwupps landet er auf einmal in Chicago. Ich war also sowas von aus den Wolken. Wir glaube ich waren alle ziemlich baff. Und das Krasse ist, oder wenig überraschend, auch Daniel Theis war mega baff. Ich habe mich relativ sicher gefühlt, dass eigentlich nichts passiert. Und dann war halt die Deadline war, Milwaukee war 2 Uhr eigentlich vorbei. Und ich bin dann kurz nach 2 Uhr zu unserem Team mit hingelaufen und habe dann den Anruf von Danny Ainge bekommen. Und als klar, als man den Anruf dann sieht auf dem Handy, dann weiß man natürlich, ja ich glaube, oder es ist was passiert. Und ja, dann war halt das Telefonat für eine kurze Zeit. Und dann war es halt wirklich so, Sachen packen ab nach Chicago, was ja nebenan eigentlich ist, war natürlich zu dem Zeitpunkt ein beschissenes Gefühl. Weil dreieinhalb Jahre mit den Celtics, dreieinhalb Jahre mit den gleichen, oder fast mit den gleichen Spielern, Teammates, die Freunde geworden sind, Coaches. Und dann war es wirklich so, von jetzt auf gleich, ich muss deine Sachen packen und du bist raus. Ja, und plötzlich war er raus bei den Kobolden. Echt krass, wir haben es ja immer wieder. Wir haben damals in unserem Interview mit Paul Zips ja auch drüber gesprochen. Du kannst dir einfach nie sicher sein. So, also Sachen packen für Daniel Theis. Die Boston Celtics hatten im Hintergrund jetzt nicht unbedingt sportliche Gründe, das sei an der Stelle einmal gesagt, sondern sie wollten Geld sparen. Theis war zu teuer, deswegen dieser ganze Deal rund um Mo Wagner. Also, ja, wie gesagt, sportlich hat alles funktioniert. Und dann kommst du nach Chicago und musst feststellen, am Deadline Day, kurz davor, haben die einen geholt, der eigentlich genau das macht, was Daniel Theis macht, auf seiner Position. Ich habe natürlich früher an dem Tag auch gelesen, dass Chicago für Nikola Vujovic getradet hat. Und da war es natürlich für mich erstmal so, oh, ist ein All-Star direkt auf meiner Position, der 35, 36 Minuten eigentlich pro Spiel spielt. Und dann waren natürlich schon große Bedenken da. Das habe ich dann auch mit meinen Agenten viel besprochen. Aber ich hatte dann, bevor ich meinen ersten Schritt nach Chicago gemacht habe, schon viele Telefonate mit Billy Donovan, mit den GMs hier, dass ich, Billy Donovan hat zu mir gesagt, dass ich mich nicht nur als Backup von Vujovic sehen soll, sondern dass ich auch mit ihm zusammenspielen kann. Weil er hat gesagt, ich habe mit Tristan zusammengespielt. Und dann ist es auch leicht für mich, mit Vujovic zusammenzuspielen. Spannende Parallele auf jeden Fall. Da kommst du aus Boston und wie Daniel Theis gesagt hat, hast da viel an der Seite von Tristan Thompson gespielt. Also Brad Stevens hat viel mit zwei Großen agiert. Billy Donovan, der Coach der Chicago Bulls, hatte dann Ähnliches vor. Du hast Vujovic vermeintlich vor der Nase, bist dann erstmal Backup, dann bist du es aber auch wieder nicht, sollst mit ihm zusammenspielen. Clara Allster, also klar auch in der Hackordnung vor dir, musst dich da wieder so dran gewöhnen. Wie hat das für dich funktioniert jetzt in der Zeit? Also Vujovic und Theis bei den Bulls. Also man muss glaube ich sagen, dass Daniel Theis ist auf der 5 zu Hause. Also das ist seine beste Position und in den letzten Jahren hat er bei den Boston Celtics auch immer auf der 5 gespielt. Brad Stevens musste das bei den Celtics notgedrungen machen aufgrund des Kaders, des Personals. So, deshalb ist Daniel Theis auf die 4 gerückt. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt. Im Gesamten war das glaube ich ein Experiment, was jetzt nicht so positiv verlaufen ist. Andere Ausgangssituation bei den Chicago Bulls, weil Vujovic ein ganz anderer Spieler ist. Als Tristan Thompson oder Robert Williams oder wer auch immer die Bigs eben bei den Celtics waren. Das passt vom Fit her, ist das viel stimmiger. Weil du hast mit Vujovic jemanden, der das Feld weit macht. Ja, also der draußen steht, der ein High-Volume-Shooter mittlerweile von außen geworfen ist. Deutlich über 5-3 er pro Partie. Das heißt, Daniel Theis kann seine Stärken auch im Pick and Roll immer wieder deutlich besser einsetzen. Und trotzdem gab es Bedenken, weil zu Beginn war Daniel Theis nicht in der Starting Five. Zu Beginn The The Is Young gestartet und eben Nikola Vujovic. Das hat sich dann geändert, weil Daniel Theis wirklich dann auch in einer Phase mit Vujovic auf dem Feld sehr, sehr gut agiert hat. Gab den Wechsel, Donovan, Theis in die Starting Five auf die 4, Vujovic auf die 5. Und man muss auch dazu leider sagen, es hat nicht gut funktioniert. Also auf dem Papier sieht das sehr, sehr ordentlich aus. Aber in der Offensive war das eine absolute Katastrophe. Mit Daniel Theis auf dem Feld hatten die Chicago Bulls ein Offensiv-Rating von unter 103, was ganz, ganz schwach ist. Und die Defensive vollkommen in Ordnung. Auch Daniel Theis hat die Defensive sogar nochmal stabilisiert. Aber bisher Vujovic und Theis ein ordentlicher Fit, aber in der Praxis hat es nicht wirklich funktioniert. Also da müssen sich Rollen irgendwie noch so ein bisschen finden, definieren. Jetzt sprechen wir schon lange über die Bulls, über Theis, über Vujovic. Und eigentlich ist eine Frechheit, dass wir über den ganz Großen bei den Bulls noch gar nicht gesprochen haben. Und das ist Zach Levine. Ich meine, der ist dieses Jahr All-Star geworden. Teilweise absurde Zahlen aufgelegt im Laufe dieser Season. Und natürlich hat auch der Einfluss auf Daniel Theis, beziehungsweise hat auch Daniel Theis Einfluss auf Zach Levine. Und wie er sich das Zusammenspiel vorstellt, hat er uns auch erzählt. Ich sehe meine Rolle dann auch einfach dafür da, dass ich vor allem Zach einfach im Pick'n'Roll einfach offene Würfel gebe. So wie es in Boston gemacht haben mit Jason, Jalen und Kemba. Dass ich einfach so screensetze, dass er danach machen kann, was er will. Ob er dann den Pull-Up dreier nimmt, ob er zum Korb geht oder wie auch immer. Und das habe ich ihm vom ersten Tag an eigentlich gesagt, dass ich probiere, das Spiel für ihn noch leichter zu machen, als es vorher war. Ich meine, jeder weiß, jeder, der NBA verfolgt und sieht, weiß, dass er scoren kann. Tja, auch da ist irgendwie so wieder viel Theorie dabei. Also er würde gerne das Spiel für Zach Levine einfacher machen, als es vorher war. Er hat eben auch mit ähnlichen Spielertypen ja in Boston gespielt. Auch da hat es funktioniert. Aber jetzt haben wir am Ende der Season natürlich einen Rekord und der ist richtig schlecht. Die Bulls haben selbst das Play-In verpasst. Also es wurde nach den Deals für Vucevic und Theis, um jetzt mal die beiden großen Namen zu nennen, die nach Chicago gekommen sind, ja nicht so wirklich richtig besser. Also es ist schon noch viel Baustelle. Es wurde sogar schlechter. Also sie hatten vor dem Trade eine Bilanz von 19 zu 24, danach von 12 zu 17. Das heißt, vorher war die Winning Percentage sogar noch leicht höher. Aber das hatte verschiedene Gründe. Also das muss man auch wirklich, glaube ich, in Relation setzen. Zach Levine hat erst verletzt gefehlt, dann Health and Safety Protocols, wo er auch raus war. Und wir haben es gerade von Daniel Theis gehört. Das kann extrem gut passen. Also das Zusammenspiel im Pick and Roll. Zach Levine mit seinen Fähigkeiten zu scoren, Pull-Up, auf dem Weg zum Korb. Was auch immer, einer der begnadetsten Scorer in der Liga. Und die Screen-Qualitäten, die Screener-Qualitäten von Daniel Theis, das ist überragend. Das ist wieder auf dem Papier sehr, sehr gut. Nur problematisch, wenn halt einer von beiden fehlt, in dem Fall Zach Levine. Und auch problematisch, wenn das Ganze mitten in der Saison passiert. Weil du hast ja gar keine Möglichkeit gehabt, auch bei dieser hohen Belastung dieses Jahr, bei diesen vielen Back-to-Bags zu trainieren oder dich irgendwie auch mal so ein bisschen einzuspielen. Das ist eine Mannschaft auf dem Papier, Stand jetzt, mit den Superstars, mit Zach Levine und Nikola Vucevic. Dazu mit super Rollenspielern, wie eben Daniel Theis, The Diaz Young. Und dann aber auch noch jungen Talent, wie Patrick Williams, Kobe White, Lauri Markan. Ist das eine richtig gute Mannschaft. Das ist eine Playoff-Mannschaft im Osten, aber die brauchen einfach mal ein Trainingscamp zusammen. Und deshalb mal abwarten, wie es weitergeht. Ja, man muss ja auch sagen, sie haben einen neuen Trainer vor der Saison bekommen. Das war auch wichtig. Jim Boylan, den Steinzeit-Basketball, den haben wir hinter uns gelassen. Aber auch da, dann kriegst du einen neuen Trainer, alles eh nicht so leicht. Diese verschobene Off-Season jetzt 2020. Und dann während der Saison wird wieder alles umgeschmissen. Billy Donovan, glaube ich, ist der richtige Coach für so eine Idee. Er hat ja auch bei den Thunder einfach extrem viele Spieler gut entwickelt. Nimm den Shea Gilchus, Alexander. Aber irgendwie auch immer die Mischung gefunden zwischen Veteranen und jungen Spielern. Also er hat ja bei den Thunder dann auch jemanden wie Chris Paul oder auch jemanden wie Dennis Schröder, die an einem anderen Punkt stehen. Also ich glaube, Billy Donovan kann der Richtige sein für eine Mannschaft, die auch so theoretisch eine gute Mischung hat. Jetzt die Frage, wie es weitergeht. Ja, ganz genau. Serge Levyens Vertrag läuft 2022, also im nächsten Sommer aus. Er hat schon angedeutet, er will langfristig in Chicago bleiben. Das ist seine Mannschaft. Es gibt sogar Spekulationen oder Andeutungen, dass er bereit ist, auf Geld zu verzichten, um eben doch noch die Qualität im Kader steigern zu können. Weitere Fragen, was passiert mit Lauri Markkanen? Wird Restricted Free Agent? Und auch da mal die Geduld irgendwann zu Ende ist. Seine mit Abstand schlechteste Saison, was die Zahlen angeht, war effizienter als sonst, aber nicht so eine große Rolle gehabt. Was passiert mit Daniel Tice? Dazu später mehr. Und es gibt eben die Möglichkeit, weil du eben junges Talent da hast, mit Patrick Williams, mit Kobe White, vielleicht auch einen Trait einen großen zu starten, für Bradley Beal, für CJ McCollum, um dann vielleicht drei Superstars zu haben. Nehmen wir mal an CJ McCollum. Einfach mal ein bisschen rumgesporen. Zack Levine, CJ McCollum, Nikola Vucevic, möglich. Dann ist zwar ein junges Talent weg, aber du lockst vielleicht dadurch auch ein paar Free Agents an. Und vielleicht eben dann auch mit so einer Mannschaft Daniel Tice. Und das ist natürlich auch immer noch Chicago. Also ich glaube, wenn du da irgendwann die Kultur wieder so schaffst, dass das ernst genommen werden kann, dann lockst du auch Leute in diese Stadt. Was sie, glaube ich, brauchen, wäre irgendwann mal einen richtigen Point Guard. Ich meine, das Problem hatte man vor der Saison. Es war dann so die Hoffnung, dass vielleicht Kobe White das übernehmen kann. Dann hat es im Laufe der Saison besser gemacht. Ja, okay. Aber ob du das jetzt dann wirklich... Ja, es ist so ein bisschen die Frage, was willst du machen? Willst du eher noch weiter auf Entwicklung gehen? Willst du in den Win-Now-Modus schalten? Aber im Endeffekt kann man ja sagen, sie haben beide Möglichkeiten. Win-Now-Modus. Chicago ist im Win... Ich glaube, das hat die Trade-Deadline gerade gesagt. Das stimmt. Win-Now-Modus in Chicago. Das will Billy Donovan, das wollen die Bosse dort. Und dementsprechend, glaube ich, werden sie schon aggressiv sein, was Trading-Deadline angeht, was Free Agents angeht. Bin sehr, sehr gespannt. Und eben auch Daniel Theis. Was passiert mit ihm? Weil sein Vertrag, sein Zwei-Jahres-Vertrag, jeweils über 5 Millionen pro Jahr, ist ausgelaufen. Er kann sich aber, und das können wir jetzt an der Stelle sagen, auf jeden Fall vorstellen, in Chicago zu bleiben. Vorstellen definitiv. Ich meine, klar, man hat jetzt über die letzten Wochen sich so eingelebt hier, wie man alles mitkriegt vom Coaching-Service. Sehr, sehr positiv alles. Die Spieler drumherum. Aber klar, ich meine, ich habe jetzt nach der Saison knapp zwei, zweieinhalb Monate Zeit, bis die Free Agency losgeht. Dann werden, denke ich, ab August offiziell Gespräche geführt. Und dann werde ich alles abwägen, wie es passt. Und ich hoffe, dass ich einfach im Großen und Ganzen den perfekten Mix finde für mich als Spieler, finanziell, um die Chance, um die Playoffs zu spielen. Und einfach, dass wirklich alles passt. Und ich hasse es zu verlieren. Und ich möchte ungern zu einem Team gehen, das dann wirklich vielleicht 10, 12, 13, 14 Spiele in der Saison verliert. Weil da bin ich, glaube ich, mehr frustriert über das ganze Jahr. Auch wenn man finanziell dann entschädigt wird für die vielen Niederlagen sozusagen. Aber ich möchte einfach gucken, dass ich einen perfekten Mix für mich finde. Also wir hassen auch verlieren, lieber Daniel. Aber ich glaube, wenn du 14 Spiele in der Saison verlierst, dann hast du viel richtig gemacht. Nee, aber im Ernst, klar. Ja, er will natürlich logischerweise diesen, wie er sagt, guten Mix finden. Da dürfen auch ein paar Niederlagen mehr als 15 sein. Aber, wir haben ja gerade schon gesagt, ich glaube, das wäre in Chicago möglich. Die Frage ist, ob er da so glücklich ist. Also man hat, glaube ich, auch gerade zu Beginn schon gut rausgehört, dass er sehr enttäuscht war über die Situation, über den Trade, dass er sehr, sehr gerne in Boston geblieben wäre. Hat uns auch noch im Interview gesagt, dass seine Familie weiterhin in Boston ist. Mal sehen, vielleicht wird ja sogar Boston wieder eine Option, je nachdem, was da passiert. Ich glaube, das würde ihm dann durchaus gefallen. Allerdings Chicago auch eine Option, weil ich nehme es ihm zu 100 Prozent ab. Er hasst es zu verlieren. Und er will gerade in dem aktuellen Standpunkt seiner Karriere, will er um die Playoffs spielen mindestens. Er ist gewohnt, von der Franchise der Celtics sogar, um mehr zu spielen, um die Conference Finals zu spielen. Und da will er wieder hin. Also Zukunft komplett offen, da irgendwie irgendeine Prognose abzugeben, ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Ich glaube aber alles in allem so, wie er jetzt sich in dieser ganzen Zeit gezeigt hat. Bei Boston, aber auch in Chicago, auch wenn jetzt nicht alles funktioniert hat. Er selber hat einfach immer mal wieder, oder eigentlich die ganze Zeit bewiesen, er ist ein Gewinnertyp und er kann immer helfen, egal welcher Mannschaft. Ganz wichtiger Punkt. Er ist ein super guter Spieler. Er hat eine Entwicklung hingelegt, mit der ich nie im Leben gerechnet hätte vor drei, vier Jahren. Das ist ein richtig guter, ein überdurchschnittlicher NBA-Spieler, den jeder gern in der Mannschaft hat. Und Billy Donovan hat gesagt schon, wir wollen ihn unbedingt halten. Und ich bin mir sicher, er wird einige Angebote bekommen, weil er so wertvoll ist, weil er so viele kleine Dinge macht, die dann auch nicht mal unbedingt im Boxscore auftauchen. Zum Beispiel ist er ein guter Screener. Das heißt Screen Assist, das findet man im Boxscore dann nicht, aber da ist er eben wahnsinnig wertvoll. Daniel Theis ist ein richtig guter Spieler und ich bin mir sicher, er wird auch die Option haben, bei einer guten Mannschaft, die um die Playoffs spielt, bei einer sehr, sehr ordentlichen finanziellen Lage zu unterschreiben. Dann glaube ich, können wir Mr. Theis jetzt in die Sommerferien verabschieden. Die kann er jetzt genießen und dann gucken, wo es nächsten Sommer weitergeht. Wird sicherlich ja auch dann nochmal Thema bei uns. Aber wir freuen uns jetzt auf die Playoffs. Am Freitag geht es mit den Previews los, aber davor könnt ihr weiterhin eine Ausgabe von 2K21 gewinnen, unterschrieben von Daniel Theis, einen Ball unterschrieben von Daniel Theis. Das Ganze auf unserem Instagram-Kanal. Viel Erfolg und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.